Gourmet in Mexiko, isst David Ameisen und Käfer? Was kommt denn hier bei David Beckham, 47, auf den Teller? Der ehemalige Profi-Fußballer war schon in seiner aktiven Karriere als Sportler beruflich viel unterwegs. Heute reist er besonders gerne mit seiner Familie. Dass die England-Legende sich für Kultur und Kulinarik anderer Länder auch ganz praktisch interessiert, beweist er mit seinen neuesten Bildern, es scheint, als Stündenkäfer auf Davids Speiseplan. Im Netz postete David nun Fotos, auf denen neben Quacamole und Reispudding auch krosse Käfer und Ameisen zu sehen sind. Das machte der 47-Jährige auch mit kleinen Krabbeldier-Emojis auf den Schnappschüssen seiner Instagram-Story deutlich. Der Inter-Miami-CF-Besitzer befindet sich zurzeit wohl in Mexiko. In dem Land sind Insekten Bestandteil der Esskultur. Es scheint, als habe sich David diese authentische mexikanische Delikatesse auf seiner Reise nicht entgehen lassen. Erst vor ein paar Tagen war der Fußballstar kulinarisch noch ganz anders unterwegs. Er verbrachte einen Pizzaabend in einem Restaurant in Miami. Die Fotos, die er im Internet teilte, zeigten, dass auch seine Tochter Harper, 11, sowie Tom Brady, 45, mit dessen Tochter Vivian mit von der Partie waren. In der Küche stand sein Sohn Kroos, 17, der die Pizza eigenhändig für ihn zubereitete. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017